Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Ultimate Railroads. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Ultimate Railroads, ein Spiel aus dem Hause Hansi und Glück, Vertrieb über Asmodee. Und in diesem ersten Teil möchte ich euch das Spiel ein bisschen vorstellen, euch die Abläufe zeigen. Das Spiel ist gar nicht mal so schwer, wenn man drin ist, so ein Worker-Placement-Spiel. Euro Game hat 2014 den Deutschen Spielepreis gewonnen. Und im Anschluss gibt es dann ein kleines Fazit. Ich habe mir überlegt, vielleicht in dem zweiten Teil machen wir glaube ich noch ein Gameplay, sodass ihr da noch einen besseren Überblick bekommt. Das heißt noch ein weiteres Video und mal schauen, ob da noch im Anschluss weitere Videos dann folgen. Ultimate Railroads, Rushing Railroads ursprünglich jetzt in einer großen Box und da ist wirklich alles enthalten. Dazu denke ich abschließend im Fazit mehr alles, was man sich wünscht als Expertenspieler oder Expertenspielerin, weil die ist wirklich vollgepackt. Also das Geld absolut wert. Es ist ein Eisenbahnspiel und endlich komme ich mal ein bisschen weg vom Zug um Zug, dem durchaus aber auch bei uns beliebten Familienspiel. Aber ja, Kenner und Experten, die mögen auch Eisenbahnspiele und bei uns ist auch Rushing Railroads, beziehungsweise jetzt in einer großen Box mit allem, was man sich wünscht, mit allen Erweiterungen, Ultimate Railroads sehr beliebt. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze an. Ich sage ein bisschen was. Ich sage auch ein bisschen was, glaube ich, zu den Unterschieden von der damaligen Ausgabe. Hat er schon fast zehn Jahre auf dem Buckel zur jetzigen Ausgabe. Aber keine Sorge, hat er nur ein paar kleine Justierungen vorgenommen. Das Spielprinzip bleibt erhalten. Ob ihr es letztendlich braucht, das könnt ihr jetzt aufgrund des Videos, je nachdem, auch aufgrund des Fazits für euch entscheiden. Ihr seht schon mal einen großen Spielplan. Die Auslage habe ich vorbereitet. Hier jetzt einfach auch abhängig von der Personenanzahl. Hier sieht man übrigens auch neue Übersichten, die hier hinterlegt sind, für drei bis vier Personen. Auf der Rückseite habt ihr dann einen Spielplan für zwei Personen. Das sind dann Teilbereiche einfach abgestrichen, damit ihr, was diese Auslage angeht, einfach nicht so viele Möglichkeiten habt, hier zu agieren. Ja, man sieht es schon an den Feldern. Ja, Worker Placement dominiert und gleichzeitig hat dann jeder, deswegen auch separat mit mehreren Kameras, noch jeder ein eigenes Spieltableau. Das ist übrigens doppelseitig. Ja, es steckt in dem Spiel viel. Es sind die ganzen Erweiterungen hinterlegt. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr je nachdem, mit welcher Seite ihr spielt, dass ihr auf die Symbole achtet. Bevor ihr überhaupt anfangt zu spielen, braucht ihr aber erst einmal 30, 40 Minuten sowas bei mir. Erst einmal alles auspöppeln, das zeige ich euch nachher im Fazit. Weil das steckt doch sehr viel und ihr müsst das Material trennen und separat verstauen, weil da sind die ganzen Erweiterungen, Promoplättchen etc. Sind da alle hinterlegt von damals und deswegen müsst ihr schauen, dass ihr auch das jeweilige Tableau auswählt. Ihr merkt es auch von der Tableaugestaltung etwas anders jetzt hier gemacht. Es ist ein Zugspiel. Ja, ein Einsetzspiel und letztendlich spielt ihr eine gewisse Anzahl von Runden. Das ist nur Blankow, zu zweit spiele beispielsweise nur sechs Runden und versucht dann letztendlich die meisten Punkte zu erringen. Und derjenige oder diejenige, die das geschafft hat, der hat das Spiel gewonnen. Die Auslage habe ich ein bisschen schon vorbereitet. Das heißt, die Startkarten, die werden dann einfach zufällig verteilt. Jeder bekommt dann eine Karte und da platziert man dann einfach seine Figur da drauf. Ja, beim Mischen müsst ihr ein bisschen schauen, weil die haben vor der Rückseite, da weiß man, das heißt, das müsst ihr ein bisschen verdeckt dann mischen und den jeweiligen Spielern dann übergeben, welche Nummer sie sind. Und ja, aufgrund dieser Zahl, dieser Reihenfolge wird dann auch gespielt. Jeder macht seine Aktion und irgendwann wird gepasst. Das heißt, man dreht die Karte herum und bekommt dann die angegebenen Punkte oder je nachdem keine. Hier sind es vier Punkte. Das heißt, ihr habt immer die Karte vor euch liegen, seid immer reihum dran, jeder macht eine Aktion. Ja, wollt ihr nicht mehr, könnt ihr nicht mehr, dann dreht ihr die Karte herum und bekommt die Punkte. Das zu den Karten, ich glaube, das kann ich dann auf jeden Fall auf die Seite legen. Zu Beginn bekommt man natürlich dann auch noch so einen Bonus. Das heißt, ihr sucht es euch aus. Der zweite, dritte, vierte Spieler bekommt dann noch so einen Bonus. Das heißt, das könnt ihr am Anfang auch letztendlich ausführen. Und auch dann legt ihr die Karte zur Seite. Also die natürlich, was die Spieleranzahl angeht, beziehungsweise die Nummerierung vor euch. Aber diese Karten könnt ihr rausnehmen. Die Startendbedingungen, die mischt ihr, beziehungsweise extra Punkte, die ihr euch im Verlauf des Spieles verdienen könnt. Und diese Punkte bringen euch am Ende nochmal Punkte, so muss ich es formulieren. Die werden gemischt. Zwei Karten kommen zur Seite und die anderen legt ihr erst einmal hier zur Seite. Die braucht ihr am Anfang nicht. Das Plättchen für die letzte Runde legt ihr zur Seite. Das wird nämlich in der letzten Runde hier platziert. Auch im Spiel zu zweit. Wie gesagt, das ist auf der Rückseite hinterlegt. Das heißt, dieses Plättchen, das legt ihr erst einmal zur Seite. Dann habt ihr hier die einzelnen Zugplättchen. Oha, das sind zwei Zehner. Ja, wer die alte Ausgabe kennt, der wundert sich. Hier gibt es neue Plättchen. Ihr sortiert das nach Symbol. Achtet auf die Spieleranzahl. Einmal hier zwei Plättchen. Einfach mal im Spiel zu zweit beispielsweise legt ihr das so vor euch ab. Wenn man auf das Tableau des jeweiligen Spielers schaut, seht ihr das Symbol. Da müsst ihr auf jeden Fall hier auf der Seite darauf achten, dass ihr die jeweilige Seite verwendet. Sonst spielt ihr auf einer anderen Seite. Dann bekommt ihr eure Figuren. Die setzt ihr hier auf dieses Feld. Dann hier von den Gleisen. Die sind auch überarbeitet bzw. neu. Die sind so, ich weiß gar nicht, lackiert. Kann man das sagen? Lackiert sind die, so glänzend. Die sind auch neu im Vergleich zur alten Ausgabe. Und die platziert ihr hier auf die Felder. Und jeder nimmt sich hier seine Spielfiguren. Man merkt hier, das sind zwei, vier, sechs. Abhängig von der Spieleranzahl. Bis zum nächsten Mal schauen. Da bekommt ihr ein Männchen mehr oder weniger. Hinzu kommt, dass jeder gleich mit einer Münze startet. Zu zweit sind es zwei Münzen. Und das weitere Material legt ihr einfach hier zur Seite. Auch hier diese farbigen Plättchen. Und das macht natürlich am Anfang Mühe, das Ganze zu sortieren, auszupöppeln. Und deswegen dauert es auch eine Weile. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, das Spielmaterial, so mache es ich, auf jeden Fall, in so einer Tüte zu verstauen. Wenn ihr dann spielt, dann nehmt ihr euch einfach die jeweilige Packung. Das könnt ihr auch super am Schluss wieder zurücksortieren. Sodass ihr für die nächsten Partien gleich losspielen könnt. Das als Information. Weitere Plättchen. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Marker auf die Seite gelegt. Die platziert ihr hier hin. Und hier haben wir noch die Ingenieurinnen. Auch eine Neuerung. Das heißt, Frauen, die jetzt hier abgebildet sind. Ich glaube, das waren vorhergehende Ausgaben. Waren es nur Männer bei Russian Railroads, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und diese Plättchen, die mischt ihr. Und ihr platziert dann quasi drei Plättchen hier in diesem Bereich und vier nochmal im hinteren Bereich. Auch hier zufällig natürlich. Das heißt, nehmt ihr einfach zufällig in die Hand und platziert die hier. Und man sieht hier auf den Feldern, hier wird angegeben, wie viele Runden quasi noch gespielt wird. Die restlichen Plättchen, die könnt ihr einfach zur Seite sortieren. Richtig schnell. Auf der Rückseite, wie gesagt, der Spielaufbau für zwei Personen. Da sind es sechs Plättchen. Drei A und drei B. Da heißt dann in der Anleitung, das linke Feld bleibt frei. Das verwirrt mich ein bisschen. In der alten Anleitung war das nur im Spiel zu dritt dann hinterlegt. Ihr spielt quasi über sechs Runden. Ihr platziert trotzdem quasi, wenn ihr die Rückseite verwendet, die drei A und die drei B Plättchen. Ihr spielt sowieso sechs Runden. Und dann kommt das Plättchen zur Geltung. Logischerweise bleibt das Feld leer. Das ist auf der Rückseite auch gar nicht belegt bzw. angezeigt. Das mal als Innenhinweis. Könntet ihr den einen oder anderen ein bisschen verwirren. So, die Marker, das sind hier diese Hilfsarbeiter. Die sind auf der Rückseite Spielplatz gar nicht hinterlegt. Dann haben wir hier noch ein paar Sonderkarten. Die könnt ihr einfach zur Seite legen. Die braucht ihr erst so einen zweiten Drittel des Spiels, hätte ich jetzt einfach mal gesagt. Je nachdem, wie weit ihr und wie schnell ihr euch entwickelt. Und die legt ihr erst einmal hier zur Seite. So, ich glaube mit diesen Informationen müssen wir mal schauen. Genau hier der Marker kommt auf Nullpunkte. Startposition habe ich schon mal hier platziert. Kann man letztendlich schon anfangen zu spielen. Und ihr merkt ja, das ist eine enge Kiste. Das heißt, die Anzahl der Runden ist begrenzt. Und letztendlich habt ihr hier eure Figuren. Ich habe jetzt einfach mal alle Figuren. Ihr müsst nur dran denken, abhängig von der Personenanzahl. So, und was macht man in diesem Spiel überhaupt? Zum einen habe ich jetzt hier schon diese Gleise auf die jeweiligen Positionen dann platziert. Und mit diesen könnt ihr im Verlauf der Partie immer auf der einzelnen Strecke dann vorankommen. So, das ist das eine. Ihr könnt euch weitere farbige, letztendlich dann Gleise, könnt ihr bekommen. Und die platziere ich dann erst einmal zur Seite. Das heißt, die Farben, die ergänzen sich im Spielverlauf, je nachdem, was für Felder ihr hier freischaltet. So, das heißt, das legt ihr erst einmal zur Seite. Das braucht ihr, ja, erst so nach 15 Minuten, hätte ich mal gesagt, 15, 20 Minuten. Je nachdem, wie schnell ihr dann spielt. So, das heißt, alles ist platziert. Ah, hier nochmal das Plättchen. Auch ganz wichtig, achtet auf die Seite. Weil letztendlich gibt es auch hier eine Rückseite mit 10 Punkten. Das ist quasi der Bereich hier. Auf Null diesen Marker legen. So, und dann letztendlich geht es darum, natürlich seine Strecken weit nach vorne zu bringen. So, und das passiert mithilfe dieser Einsetzfelder. Und aufgrund diesen Feldern versuche ich euch das Spiel jetzt einfach mal ein bisschen näher zu bringen. Ich hoffe, ich vergisse nichts oder gehe nicht zu sehr ins Detail und erkläre nichts Falsches. Ansonsten dürft ihr es gerne in den Kommentaren ergänzen. Nämlich, um hier meine Strecke voranzubringen, um hier weitere Loks mir zu holen, um hier auf der Leiste voranzukommen, um hier Felder mir freizuschalten, brauche ich diese Einsetzfelder. Und letztendlich nehme ich eine meiner Figuren oder letztendlich eine Münze. Weil eine Münze zählt wie eine Spielfigur. Ja, die Münze habe ich am Anfang, aber ich nehme natürlich erst einmal meine Figur. Und wenn ich die jetzt zum Beispiel hier hin platziere, dann darf ich in dem Fall so zwei beige Gleise nach vorne gehen. Zum Beispiel eins, zwei. Ich könnte auch sagen eins, zwei. Also das bleibt letztendlich mir überlassen. Nutze ich zwei Figuren oder beispielsweise eine Münze und eine Figur, dann kann ich sogar gleich drei Felder vorankommen. Also durchaus eine tolle Option, hier gleich weiter vorzurücken. Die anderen, die habe ich mir ja quasi noch gar nicht freigeschaltet. Hier unten kann ich zwar ein Männchen und eine Münze, ist ganz wichtig, da könnt ihr keine zwei Männchen einsetzen, um zwei beliebige Gleise voranzubringen. Und diese Felder, da kann nur eine von euch quasi einsetzen. Das sind Einzelfelder. Hier unten, das wird durch dieses graue Männchen, durch diese gleichen Männchen hier unten noch hinterlegt, können unterschiedliche Spieler, Spielerinnen jeweils einmal einsetzen. Ich kann später nochmal einsetzen. Also hier haben quasi mehr Personen Platz. Und da kann man sich aussuchen, ob man mit dieser oder mit dieser Schiene voranzieht. Und so zieht ihr quasi hier einfach weiter. Das heißt, vielleicht seid ihr auch irgendwann mal hier angekommen. Und jetzt haben wir den Vorteil. Ihr seht es hier, hier wird ein Pfeil angezeigt. Das heißt, sobald ich hier mit diesem beigen Marker, ich nenne es einfach mal Marker, hier drauf bin oder drüber ziehe, schalte ich mir hier diese Gleise frei. Das heißt, ich nehme die Gleise und ich setze die immer gerne gleich hier so daneben. Das heißt, ich kann jetzt ab sofort auch diese Felder auswählen, um mit diesen dann hier im Spielverlauf voranzukommen. Wichtig, diese dürfen nicht quasi übersprungen werden. Da müsst ihr auf jeden Fall dran denken. Im Spielverlauf schaltet ihr euch natürlich weitere Gleise frei. Oh, ich bin ja über zwei gekommen. Ich habe mir jetzt schon die grünen freigeschaltet. Die kann man dann sofort daneben legen. Das ist schon mal prima. Das heißt, ich kann sofort auch dieses Feld auswählen. Und hier zum Beispiel, wenn ich hier jetzt ein Männchen einsetze, zwei gehe ich voran, kann ich hier zwei Felder hier vorankommen. Man darf die nicht überspringen, auch nicht auf dem gleichen Feld sitzen. Ihr müsst immer diese Reihenfolge einhalten, die auch hier auf jedem Bereich hinterlegt ist. Ja, dann schaltet ihr euch vielleicht auch diese frei. Dann könnt ihr die quasi auch gleich hier hinten platzieren. Immer die Reihenfolge einhalten. Ich platziere es gern so. Dann kommt man da auch nicht durcheinander. Weil da darf man nicht automatisch vor. Da auch nicht. Man muss immer quasi die Reihenfolge hier einhalten. Das ist quasi der Bau. Und auch hier wieder klar unterschiedliche. Zwei Unterschiede mit einem Männchen, einer Münze. Kann ich zwei bewegen. Können auch zwei gleiche sein. Das heißt, ich kann mit dem voran und mit dem voran. Das heißt, auf diesen Feldern hier schaltet man sich auch das Silber noch frei. Da hole ich mir sofort diesen Bonus. Wenn eine Lok hinterlegt ist, dann schalte ich mir den Bonus nur frei. Letztendlich, wenn die Lok die jeweilige Zahl erreicht oder überschreitet. Hier ist das eine Eins. Also ich bin momentan nur hier. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall weiter vorankommen. Ihr seht ja, ein Strick ist richtig weit. Hier hinten zum Beispiel. Da schalte ich mir sogar hier dieses Goldene frei, das ich aber hier unten nur einsetzen kann. Und habe sofort die Möglichkeit, zwei Felder weit zu rücken und eine Schlüsseloption auszuführen. Das ist eine Menge an Informationen. Aber wenn ihr da mal drin seid und die einzelnen Felder gesehen habt, dann soll das klar sein. Schlüssel, das ist auch hier bei der alten Version, war es ja glaube ich gar nicht hinterlegt. Bei der Schlüsseloption, den könnt ihr dann sofort einsetzen. Könnt ihr ein beiges und ein beliebiges vorgehen. Oder ihr nehmt euch zehn Punkte. Und das hier, das könnt ihr ignorieren. Das ist nur, wenn ihr quasi eine andere Erweiterung da nutzt. Das heißt, ihr nutzt eine dieser beiden Optionen. Das dritte hier, das könnt ihr ignorieren. Das hat man jetzt einfach auf den Plan gemacht, aufgrund der Erweiterung. Das war quasi dieser Bereich. So, jetzt gehen wir einfach mal ein Stückchen weiter. Was haben wir jetzt noch für Optionen? Hier natürlich die Spielerreihenfolge anpassen. Die Karten werden natürlich dann auch getauscht. Weil ihr spielt eine Aktion aus, dann ist der nächste dran. Abhängig natürlich von der Reihenfolge. Beziehungsweise abhängig von dem Tableau. Und wenn ich mir die Position 1, übrigens Startspieler ist bei diesem Spiel immer von Vorteil, wenn ihr euch die sichert, könnt ihr da nicht automatisch ein Männchen reinsetzen, um dauerhaft immer Erster zu sein. Das funktioniert natürlich nicht. Aber andere haben auch die Möglichkeit, hier voranzukommen. Das ist eine Anleitung, in der Hand von 2, 3 Beispielen richtig gut erklärt. Das heißt, hier gibt es natürlich auch oftmals einen Wechsel der Startposition. Hinzu kommt, wenn man hier eine Figur dann einsetzt und alle Spieler haben gepasst, dann geht es ja nach der Startspielereihenfolge für die nächste Runde. Diese Männchen darf man dann aber auch hier noch auf Aktionsfelder oder auf eigene Kärtchen, dazu komme ich nachher gleich, auf Ingenieurplättchen einsetzen. Das heißt, der ist nicht verschwendet, kommt dann zurück, sondern am Schluss könnt ihr den dann nochmal auf ein anderes Feld einsetzen, sofern natürlich da auch noch Möglichkeiten gegeben sind. Das ist quasi der Bereich. Ich habe ein bisschen schneller gemacht, dürfte aber, denke ich, klar sein. Ansonsten 2, 3 Beispiele in der Anleitung ist super erklärt. So, dann gehen wir hier in diesen Bereich dann rein, bleiben wir hier. Das heißt, hier geht es natürlich um Lokomotiven und es liegen natürlich weitere Plättchen aus. Und wähle ich dann quasi hier so ein Feld dann an, nehme ich mir die vom Niedrigsten, immer die vom Niedrigsten oder ich nehme mir ein Industrieplättchen. Ja, im Moment liegen noch keine aus, aber das geht bei uns zumindest im Spiel sehr schnell, dann liegen auch solche Plättchen aus. Das ist quasi immer die Rückseite. Und wenn ich mir so eine Lok nehme, dann nehme ich mir hier die 2er Lok und jetzt haben wir das neue Element. Hier liegt ja schon eine 1 aus. Ihr habt hier durch das Plus die Möglichkeit, eine weitere anzulegen, ein Plättchen. Ihr könnt, schiebe ich nochmal ein bisschen rüber, diese auch hier hinten anlegen oder hier unten anlegen. Also pro Bereich hier ein Plättchen, hier auch ein Plättchen und hier 1, 2 Plättchen. Also hier könnt ihr 2 Plättchen hinlegen. Wenn ich das hier oben hinlege, ist ja gar nicht mal so schlecht. Dann letztendlich hat diese Lok eine Länge von 3. Ihr addiert hier die beiden Werte. Hier habt ihr ja nur den Einzelwert. Und die ist quasi jetzt hier angekommen. Und je nachdem, wie ihr mit dem Marker vorankommt, schaltet ihr euch einen weiteren Arbeiter ein, den ihr euch dann nehmen könnt. Also, ihr kommt rechtzügig weiter. Und hier seht ihr auch, mit diesen Zug-Symbolen schaltet ihr euch Felder frei. Auch hier nicht schlecht. Dann kriege ich auf jeden Fall hier die Punkte, die hier angegeben sind. Am Ende, weil letztendlich sind es ja gleich Siegpunktfelder, abhängig von der Länge der Lok. Also auch schon mal ganz gut gemacht. Das ist quasi die Lok. Dann platziert ihr das einfach so hin und dann war es quasi euer Zug. Ihr müsst immer vom Niedrigsten dieser Zahl euch dann diese Plättchen dann nehmen. Und so entstehen natürlich im Spielverlauf weitere Loks, die neben eurem Plan liegen. Und irgendwann seid ihr natürlich in dem Bereich, dass ihr quasi keinen Platz habt und x beliebig dann tauschen könnt. Oh, das macht jetzt durchaus Sinn, dass ich das hier tausche. Und das Plättchen, was dann übrig ist, das legt ihr zur Seite. Und das ist dann quasi ein Industrie-Plättchen, was ihr dann quasi offen neben dem Plan dann legt. So, und jetzt kommen wir zur nächsten Option. Weil wenn ich hier dieses untere Feld dann auswähle, oder noch besser, ich setze drei Figuren ein und mache gleich zwei Optionen, dann kann ich mir hier eine Lok nehmen oder ein Plättchen. Und wenn ich jetzt sage, ich nehme mir ein Plättchen, nur als Beispiel, im Spiel würde ich das natürlich ganz anders machen, nehme ich mir hier dieses Plättchen. Dann lege ich das Industrie-Plättchen hier an den ersten linken freien Bereich. Man sieht es teilweise, ihr braucht jetzt richtig viel Platz. Lege ich das einfach hier unten dann an. Das ist quasi der Bereich, weil letztendlich will ich auch auf dieser Leiste weiter vorankommen, um hier Punkte und mir einen jeweiligen Boni zu nehmen. Das war der Bereich. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt. Jetzt wird es wieder ein bisschen einfacher. Wenn ich hier Marke 1 setze, dann gehe ich einfach auch mit dem Marke 1 voran. Dann setze ich hier zwei ein, gehe ich hier natürlich zwei Felder voran und je nachdem wandere ich natürlich auch auf diesen unteren Feldern weiter und nehme mir immer diesen jeweiligen Bonus, der hier unten angezeigt ist, weil ich kann nur weitergehen, wenn ich das verbinde. Also ich kann hier nicht überspringen. Ich muss das quasi verbinden, um hier auf dieser Leiste voranzugehen. Was die ganzen Symbole und Plättchen angeht, das möchte ich jetzt in diesem Teil ein bisschen überspringen, weil letztendlich ist das alles super erklärt anhand der Anleitung, für was man Punkte bekommt. Vieles ist aber auch selbsterklärend aufgrund der Symbole. Das ist super gemacht. Das war damals wie heute wirklich klasse. So, das ist der Bereich. So, jetzt haben wir hier noch einen Bereich. Jetzt wird es auch wieder einfacher. Wenn ich hier draufgehe, dann nehme ich mir ein Zweierplättchen und lege das an den linken freien Bereich. Das heißt, das wird hier im Spielverlauf einfach aufgefüllt. Hier auch nicht schlecht, nehme ich mir zwei Münzen, sehr beliebt. Münzen sind generell sehr beliebt. Nicht vergessen, die zählen wie Männchen. Ihr könnt also auch hier zwei Münzen einsetzen quasi und geht auf dieser Leiste zwei voran. Also Münzen zählen wie Arbeiter. Aber Münzen sind auch wertvoll, weil es gibt Felder, wo ihr ja eine Münze braucht, um sie überhaupt einzusetzen. Also ihr solltet immer so eine Münze, je nachdem im Vorrat dann haben. Hier natürlich holt ihr euch zwei Leiharbeiter. Die könnt ihr in dieser Runde setzen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ähnlich wie quasi eine Münzoption, die ihr dann habt. Und das ist quasi der Bereich. So, und jetzt haben wir hier noch den unteren. Hier sind ja auch freie Felder. Hier kann ich auch einsetzen. Hey, das ist super. Da komme ich mit dem grünen Einfeld vor. Welchen darf ich mir natürlich aussuchen? Oder, ja, hier kann ich gar nicht, weil ich muss erst hier weiterkommen. Ah, das blockiert mich im Moment. Und ich bekomme acht Punkte. Das ist super. So, hier natürlich auch mit dem Beigen und fünf Punkte. Und ich kann hier eine Münze einsetzen und nehme hier diese Ingenieurin. Das ist prima. Weil dieses Plättchen, das nehme ich, drehe es um und lege es vor mir ab. Ich habe hier auch die Möglichkeit, eine Figur oder eine Münze einzusetzen. Aber das Plättchen liegt bei mir und das kann nur ich machen. Ich habe also noch eine weitere Einsetzoption, die bei mir liegt. Gleichzeitig, wenn ihr es hier seht, geben die Plättchen am Ende auch noch Punkte. Wer die meisten hat. Bei Gleichstand schaut ihr euch diese kleine Zahl, diese eingekreiste Zahl dann ein. Da geht es dann darum, wer da nochmal Punkte macht. Im Spiel zu zweit ist das durchaus relevant. Ich glaube, es sind 40 und es sind 20 Punkte. Also, das macht schon einiges aus. 20 Punkte nochmal davonziehen bei einem Mitspieler. Also, da müsst ihr auf jeden Fall dann schauen. Aber ich muss hier, wie man sieht, eine Münze einsetzen. Und erst dann nehme ich das Plättchen und lege es dann vor mir ab, dass ich quasi bis zum Spielende dann nutzen kann. So, was passiert im Verlauf der Runde? Seht ihr nämlich hier. Das heißt, wenn das genommen wird, vielleicht wird es auch nicht genommen, dann kommt es auf die Seite. Die rutschen nämlich nach. Das heißt, die rutschen im Spielverlauf am Ende der Runde nach und dann sieht man immer, wie viele Runden denn noch gespielt werden. Deswegen die Nummer, die jetzt hier hinterlegt wird oder ist. So, das zu dem Punkt. Hier unten nochmal die Übersicht. Da sieht man es auch nochmal. Ich weiß nicht, ob ich es vorhin gesagt habe. Abhängig von der Spieleanzahl ist alles super erklärt. Das gab es beim Grundspiel damals. Russian Railroads nicht. Da gibt es immer ein paar Optionen, wo das angezeigt wird. So, jetzt gehen wir zurück auf den Spielplan. Weil ich habe euch schon ein bisschen was gesagt. Letztendlich, was ihr euch freischalten könnt. Was hier die Gleise dann angeht, die Schlüssel angeht. Schlüsselhinweis ist nochmal hier abgebildet. Mit der Lok, da braucht ihr die jeweilige Länge. Die hier, die fährt jetzt praktisch bis hier hin. Ist also schon mal ganz gut. Und ja, vielleicht ist die auch hier mal gelandet. Weil ich will euch gleich noch eine Punktewertung dann zeigen. Diese Bonifelder, das sind diese Lämpchen, die hier hinterlegt sind. Das sind natürlich einige. Einfach nach Spielerfarbe sortieren. Und alles, wie gesagt, eine Zipptüte. Und da sind verschiedene Symbole dann hinterlegt. Und auch hier gibt es verschiedene Boni, die auch in der Anleitung separat erklärt sind. Manche, wie die vier Münzen, erklären sich von alleine. Aber wie bekomme ich denn überhaupt diese Plättchen? Ich darf mir ja raussuchen, welches Plättchen ich nehme. Wenn ich zum Beispiel hier eine, mindestens eine Vierer-Lok hier liegen habe, dann schalte ich mir dieses Feld frei, leg einen Boni drauf und nehme sofort das, was hier angezeigt wird. Das ist super. Und diese Plättchen sind sehr mächtig. Und mit diesen Plättchen und im Spiel, wenn ihr die dann effektiv nutzt, da könnt ihr dann locker auch im Spiel locker mal 400 Punkte dann erreichen. Wenn ich meine erste Partie dran denke, knapp 100 Punkte. Also da kann man sehr viel rausholen anhand dieser Bonus-Plättchen. Weil letztendlich kann man sich dann auch weitere Plättchen dann nehmen, aufgrund der Karten, die hier hinterlegt sind. Oder solche Karten, die am Schluss nochmal Punkte bringen. Das heißt, mit diesen Plättchen, die in der Anleitung im hinteren Bereich dargestellt sind, kann man sich wirklich sehr viele Vorteile verschaffen. Das zu dem Bereich. Hier haben wir nochmal einen Multiplikator, was die Punkte dann angeht. Hier Felder, die verknüpft sind mit diesen Lämpchen, wo ihr dann euch Boni dann holen könnt. Ihr solltet einfach mal, wenn ihr das noch nicht gespielt habt, mal ausprobieren. Am Anfang spielt man gerne nach diesen Geldplättchen oder hier nach diesen Gleisplättchen, wo man hier vorankommt, weil die versteht man sofort. Hier je nachdem auch diese Punkteplättchen oder hier natürlich hier diese Bereiche. Aber bei mir sind sehr beliebt diese Plättchen. Diese Plättchen sind auch sehr beliebt. Ich lege es mal zur Seite. Vielleicht ist es bei euch dann ähnlich. Also die beiden sind bei mir auf jeden Fall sehr beliebt. Ab und an nehme ich auch gerne mal einen Schlüssel. Aber das bleibt natürlich euch überlassen, welchen Boni ihr denn hier nehmt. Und ihr seid ja immer dran. Ihr macht eine Aktion, setzt ein. Ab und zu kommt eine Kettenreaktion. Das heißt, dann passiert noch mal was. Aber dann war das eure Aktion. Und dann ist quasi der Nächste dran, abhängig von der Spielereienfolge. Und irgendwann passt ihr. Das heißt, ihr dreht diese Karte, dreht ihr um. Ihr nehmt euch die Punkte und ihr wartet, bis alle fertig sind. Die machen vielleicht, andere machen noch mehrere Züge, weil sie vielleicht mehrere Figuren haben oder mehr Münzen haben oder einfach noch mehr machen wollen. Das hängt natürlich immer von der jeweiligen Runde, von der eigenen Situation, von dem eigenen Streckenbau natürlich dann ab. Aber irgendwann haben quasi alle gepasst, haben sich die Punkte genommen. Und dann gibt es für jeden nochmal natürlich Punkte, abhängig von der Strecke. Das heißt, jede Strecke wird betrachtet und dieses, schieb den mal ein bisschen weiter, und dieses unterschiedliche, äh, unter, untere Tableau wird auch betrachtet. So, und jetzt kommt die Punktewertung, und die ist aber auch in der Anleitung anhand von 1, 2 Beispielen gut angegeben, weil die verwirrt am Anfang. Und ich hoffe, ich mache jetzt auch keinen Fehler und erkläre euch so, dass das soweit für euch dann klar ist. So, zuerst einmal schaut ihr, wie lange diese Lok dann ist. Die hat einen Wert von 5. Das heißt, die Wertung geht bis hier. Und jetzt schaut ihr einfach anhand der Punkteleiste, was Punkte bringt. Der weiße bringt gar keine Punkte. Naja, gut, meine Lok ist eh nicht so lang. Aber, das Grüne bringt einen Punkt. So, und hier ist grün, hier ist grün, hier ist grün, hier ist grün. Das zählt noch als grün. Hier ist praktisch, ja, rot, nenne ich es jetzt einfach mal, und das rote Feld. Das heißt, für die Punkte, die Lok ist 5 Felder weit. Hier gibt es einen Punkt für das Grüne. Hier auf diesem Feld gibt es einen Punkt, und hier gibt es ein Feld für das Grüne. Weil man zieht immer den Zwischenbereich, also die Position und den Zwischenbereich, zum nächsten Gleis voran. Das heißt, 3 Punkte hier. Hier natürlich, das ist 2 Punkte wert. Also hier bekomme ich 2 Punkte, dann wäre ich schon bei 5 Punkten. Und hier, das ist 2 mal 2, weil dieser Bonus verdoppelt wird. Weil hier, praktisch, das steht auch hier quasi. Das heißt, hier nehmt ihr euch den doppelten Bonus. Also 1, 2, 3 hier. Und 2, 4, 6. Das heißt, 6 plus die 3 Punkte, 9 Punkte. So, für diesen Bereich. Könnt ihr dann sofort an dieser Leiste abtragen. Hier unten, naja, hier gibt es nichts. Nehmen wir an, das wäre so weit oder so. Bringt nichts. 0 Punkte. Zählt nichts. Das heißt, hier nichts. Hier unten, das ist unabhängig davon, aber hier ist eine 3er Lok. Hier bekommt ihr auf jeden Fall die Punkte. Das heißt, 6 Punkte für diesen unteren Bereich. Ich platziere gerne hier immer eine 4er Lok, weil dann habe ich hier jede Runde immer diesen 10er Bonus. Spielt jeder anders? Ich hoffe, es passt soweit alles. Also gerne in die Kommentare. Wie ihr denn spielt, wie ihr denn voranschreitet auf diesen einzelnen Bereichen. Den mittleren Bereich, da versuche ich eher später mal so eine 6er Lok anzulegen, um hier mir diesen Bonus dann freizuschalten. Also hier Wertung, hier keine. Hier die jeweiligen Punkte. Und hier unten auf der Leiste gibt es nochmal 2 Punkte. Soviel zu den Punkten und das tragt ihr natürlich auf diesem Tableau ein. So, und dann wird wieder alles vorbereitet. Das heißt, ihr nehmt euch die Figuren zurück. Denkt dran, was die Aktion angeht. Wenn hier die Spielereienfolge sich ändert, das heißt, wenn hier einer dann draufgesetzt hat und mit seinem Marker hier weiter vorkommt, der setzt dann natürlich hier noch ein. Das müsst ihr dran denken. Und dann nehmt ihr euch ja die Figuren dann runter. Das Geld nehmt ihr euch runter. Die Runde wird weitergetragen und dann beginnt gleich die nächste Runde. Und das spielt ihr so lange, bis ihr bei der letzten Runde dann angekommen seid. Legt dieses Blättchen noch drauf, weil Spielereienfolge für die letzten Runde ist ja Quatsch. Und legt dieses Blättchen dann drauf und dann könnt ihr hier nochmal 2 Figuren einsetzen, um auf dieser Leiste nochmal 3 Felder voranzukommen. Und jetzt kommt es zu einem wichtigen Punkt, den ich jetzt bisher gar nicht so gesagt habe. Steht auch so, glaube ich, direkt in der Anleitung drin. Wenn ihr ein Aktionsfeld auswählt, dann müsst ihr es vollständig ausführen. Ihr könnt nicht sagen, ich mache nur das und das lasse ich weg. Gibt ja keins. Ihr müsst vollständig ausführen. Immer vollständig. Wenn ich hier das Feld auswähle, setze 2 rein, dann muss ich mit 3 grünen Markern nach vorne gehen. Nicht mit 2, also nicht 2 Felder voranschreiben. So, das ist ganz wichtig. Eine einzige Ausnahme bilden diese Industrieplättchen, die man hier unten hat. Das heißt, hier könnt ihr einen Teil nur ausführen. So habe ich es zumindest verstanden. Ich glaube, das war damals auch so. Also, diese Plättchen könnt ihr Teil ausführen, wenn ihr es nicht anders könnt oder wollt, etc. Aber die anderen Felder, die ihr hier mit euren Figuren oder Münzen platziert, die müsst ihr vollständig ausführen. So, jetzt habe ich aber hoffentlich alles gesagt. Und letztendlich am Schluss findet dann nochmal natürlich eine Wertung dann statt. Je nachdem deckt ihr eure Karten auf. Wenn ihr spezielle Karten dann habt, wo ihr einen Bonus habt, hier natürlich nehmt ihr euch die Punkte, die noch hinterlegt sind, abhängig von diesen Plättchen, die ihr dann gesammelt habt. Und der oder diejenige mit den meisten Punkten hat dann das Spiel gewonnen. Und damit wäre ich auch beim Fazit. Ich hoffe, ich habe jetzt alles passend für euch erklärt, dass ihr recht schnell reinkommt. Ich glaube, ihr habt gemerkt, so schwer ist das Spiel gar nicht. Das Anfängliche, was man machen muss, ist das Sortieren dieses ganzen Materials. Weil diese Box ist wirklich voll bestückt mit Material. Ich zeige, obwohl, ich kann es ja hier schon mal zeigen. Hier beispielsweise mit solchen Inlays. Es gibt gleich zwei Inlays, so Karton-Inlays. Wobei, die verrutschen gerne, habe ich gemerkt. Auf der Seite ist angezeigt, wo ihr was macht. Aber die verrutschen gerne oder gehen leicht nach oben. Muss man immer nach unten drücken. Das ist ein kleiner Hinweis. Aber immerhin habt ihr quasi alles parat. Und da braucht ihr einfach sehr viel Zeit. Was ihr jetzt hier seht, ist quasi nur das Material des Grundspiels, was ihr hier benötigt. Klar, es sind noch ein paar Elemente dabei für die Erweiterung. Aber ihr braucht nur in diesem oberen Bereich zugreifen, wenn ihr das Grundspiel Russian Railroad spielen wollt. Im Verlauf der Partie werdet ihr natürlich dann auch, oder Partie für Erweiterung, werdet ihr natürlich auch die Box herausholen. Und da benötigt ihr natürlich weiteres Material. Abhängig natürlich von der Erweiterung, die ihr dann nutzt. Das muss man auf jeden Fall bedenken. Und ein wichtiger Tipp, ich glaube, steht auch in der Anleitung, verstaut euer Material am besten in solchen Tüten. Den Rest könnt ihr eigentlich so direkt drin lagern lassen, sodass ihr dann Zugriff habt auf das Material. Und das Gute ist, wenn ihr das gespielt habt, dann nehmt ihr euch all das Material und packt es wieder zurück. Und so könnt ihr recht schnell spielen. Und wir spielen, wir haben jetzt gestern wieder vier Partien gespielt hintereinander, weil es recht zügig geht. Es ist ein Spiel für eins bis vier Personen. Und am liebsten Spiel ist es zu zweit, zu dritt und zu viert. Und man merkt zu zweit, oder man merkt es meiner Ansicht nach, funktioniert es bereits auch zu zweit sehr gut. Ich glaube, ab zwölf Jahren ist es angegeben. Und die Spielzeit, die ist sehr unterschiedlich. Also wir haben in den ersten Partien, auch jetzt mit Neuleben, wo wir gespielt haben, ging es teilweise 30, 40 Minuten. Eine Partie. Obwohl es, glaube ich, heißt, 40 Minuten pro Person, die teilnimmt. Das hängt immer davon ab, ob Krübler am Tisch sitzen. Weil dieses Spiel ist aus meiner Sicht sehr mathematisch. Also trocken will ich jetzt nicht sagen, aber man muss sehr weit vorausdenken. Seine Züge sehr weit vorausdenken. Gleichzeitig muss ich auch insbesondere zu zweit sehr stark drauf schauen, was mein Mitspieler wohl plant und unternimmt. Das ist ein Expertenspiel. Das ist schon ein bisschen umfangreicher. Und da muss man wirklich sehr viele Züge vorausplanen. Und hier kann man sich auch sehr schnell verbauen. Wenn man am Anfang zwei, drei Fehler gemacht hat und ein anderer kennt sich gut aus im Spiel, ist man verloren. Da hat man gar keine Chance mehr, das Spiel zu gewinnen. Knallhartes Spiel, knallharte Berechnung. Ja, groß aus meiner Sicht kein Glücksfaktor dabei, was man hier hat. Weil auf dem Plättchen ist ja dargestellt, was kommt. Hier nimmt man sich die Karten. Ja, klar, wer Erster ist, der freut sich natürlich. Hier ist auch alles offen gestaltet. Also ihr habt auf jeden Fall die Option, alles hier zu steuern. Und wie gesagt, klassisches Worker Placement, klassisches Euro-Spiel. Und hier natürlich auch der Spielplan doppelseitig. Weil, man, da gibt es so viel zu erzählen, dem Spiel. Es gibt natürlich bei weitem viele Pläne noch. Viele Erweiterungen, die hier hinterlegt dann sind. Mit vielen Optionen. German Railroads, Asian Railroads. Also die ganzen Erweiterungen, da könnte ich jetzt auch nochmal ins Detail dann einsteigen. Vielleicht machen wir das zu einem ganz späteren Zeitpunkt. Vielleicht mal ein separates Video. Also hier ist wirklich alles enthalten, was man sich als Expertenspieler dann wünscht. Und viele haben ja dieses klassische Russian Railroads. Das steht da drüben. Ich habe gedacht, das reicht aber, wenn ich euch diese Box dann zeige. Und haben vielleicht auch die Erweiterungen, die teilweise eine Rarität sind. Die man groß nicht mehr bekommen kann. beziehungsweise schon, aber zum entsprechenden Preis. Da könnt ihr euch gleich diese große Box dann kaufen. Und wer diese ganzen Erweiterungen hat, oder fast alle hat, der braucht sich jetzt nicht unbedingt diese Box kaufen. Ich glaube, das kann man selber entscheiden, ob man jetzt alles in einer Box dann haben will. Oder ob man eher nach den Erweiterungen dann greift, sofern man Lust hat. Und die eine oder andere Erweiterung, die ist ja durchaus lohnenswert. Und die sind ja hier gleich in der Box enthalten. Aber wenn ihr das bisher gespielt und die eine oder andere Erweiterung habt, dann braucht ihr es nicht unbedingt. Also wirklich nicht. Es sei denn, ihr wollt das wirklich alles kompakt haben. Dann lohnt sich diese Box hier unten. Anhand der Symbolen ist auch alles mögliche angegeben, was hier in der Box dann steckt. Wie gesagt, was das Material angeht. Farben, Gleise, ein paar Hinweise. Auch der Frauenanteil, so nenne ich es jetzt einfach mal. Das hat man auf jeden Fall hier hinterlegt. Die Spielbretter sind auf jeden Fall dick genug. Also da habt ihr auf keinen Fall irgendein Problem. Es gibt neue Loks, wie die 10er, was ich ja vorhin angesprochen habe. Und es gibt die, ganz wichtig, diese Anleitung, die auf den ersten Blick erschlagend wirkt. So kann man es wirklich sagen. Und hier nochmal der Hinweis, weil letztendlich steht ja auf dieser Schachtel drauf, Helmut Olej und Leonard Oerler als Autoren. Aber da die Umsetzung dieses Projekts äußerst komplex und durch die Corona-Pandemie erschwert wurde, haben sich der Autoren und Verlag zu folgendem entschieden. Der Hans-im-Glück-Verlag hat dem Autor Leonard Oerler die Rechte an Russian Railroads und so beteiligt an den Erweiterungen abgekauft. Für Uhr sind also Helmut Olej und die Hans-im-Glück-Redaktion verantwortlich. So, Dankeschön an Kritiker und so weiter. Also auch nochmal an die Katarn GmbH für die Holzloks aus Settlers of America und so weiter. Also das als Hintergrund, wer sich jetzt wundert, weil hier teilweise nur der eine oder andere Autor dann steht. Also sehr ein Mammutprojekt, was man hier gemacht hat. Aber die Anleitung, die wollte ich ja erwähnen und die ist... Wenn man da am Anfang denkt, dann lege ich erstmal auf die Seite, mache ich nicht. Aber ich habe gemerkt, so schwer ist das Spiel nicht. Ihr habt, und das zeige ich euch jetzt hier nochmal, ihr habt letztendlich, so sieht man es, ihr habt hier diesen Aufbau. So, und das hat mich, das hat mich erschlagen. Weil letztendlich habt ihr hier diese ganzen Pappblättchen und das ist wirklich vollgepackt. Und da habe ich wirklich meine 30, 40 Minuten gebraucht, bis ich da alles in der Box hatte. Aber alles griffbereit. Einmaliger Aufwand, das ist das Schwerste am ganzen Spiel, aus meiner Sicht, bis ihr da alles separat habt. Dann wird hier nochmal der Aufbau angezeigt. Im hinteren Bereich, ich glaube, Seite 14, wird zu zwei und drei Personen nochmal angezeigt. Das sind nur kleine Änderungen, also wirklich gar nicht so schwer. Ihr baut das erste Mal so auf, wie ihr hinterlegt ist. Und dann werden die Strecken erklärt. Das Tableau wird erklärt. Das habe ich jetzt, glaube ich, relativ zügig euch gezeigt. Hier die einzelnen Bereiche. Es werden teilweise auch Tipps gegeben, wie ihr die Strecken baut. So, dann haben wir hier den Punkt Lokomotiven. Wie gehen die Aktionen? Das heißt, jedes Tableau, jedes Aktionsfeld ist hier nochmal separat hinterlegt. Auch hier diese Industrialisierung, diese Leiste, wird hier nochmal separat anhand vielen Beispielen erklärt. Das als Hinweis. Also, es ist viel. Das wird aber sehr ausführlich erklärt. Auch hier wieder, wie ihr die Arbeiter nimmt. Jedes Feld wird, wie gesagt, anhand von Beispielen erklärt. Das findet man in wenigen solchen Worker-Placement-Spielen wieder, dass das so detailliert erklärt wird. Hier nochmal die Beispiele, was diese Reihenfolge angeht. Auch hier nochmal anhand mit mehreren Beispielen erklärt. Das lest ihr euch einmal durch, dann ist das klar. Hier ist auf Verschnaufpause, hol dir viel Kaffee oder sonstiges. Und dann geht es quasi im hinteren Bereich dann weiter. Streckenbau. Was ist wichtig? Wo legt ihr die Plättchen hin? Oder wie agiert ihr hier? Was bedeuten die Symbole? Alles wirklich sehr gut erklärt. Es ist ein Expertenspiel. Also schon ein bisschen anspruchsvoller. Und hier unten in diesem Bereich dann die Wertung. Auch hier einzelne Etappe. Ihr geht es dann einfach durch. Und dann kommt ihr soweit rechtzügig an das Spielende. Und hinten noch ein Bereich. Taktische Tipps. Das lest am besten nur ihr durch. Dann wisst ihr schon mal Bescheid. Wie ihr die erste Partie bespielt. Und dann schauen wir mal, wie die anderen spielen. Nein, probiert einfach alles aus. Ich sage das eh gern. Ich probiere auch immer gern alles aus. Bei meiner ersten Partie waren es 100 Punkte. Da lag ich immer so eine Zeit lang immer so bei 200 Punkten mittlerweile. Im Zwei-Personen-Spiel, wo man es jetzt gestern gespielt hat, bin ich immer über 300 Punkten. Das als Richtschnur. Ihr könnt es ja gerne mal hinterlegen, was denn eure Erfahrung ist. Und dann geht es los mit den Erweiterungen. Hier German Railroads. Das heißt, ihr braucht euch das hintere gar nicht durchlesen. Nur auf der Rückseite, auf den letzten beiden Seiten, sind dann noch Plättchen erklärt. Aber hier haben wir jetzt German Railroads. Vielleicht mal gucken in einem separaten Video. Ich wollte euch ja als zweiten Teil noch das Gameplay zeigen. Das ist German Railroads. Dann American Railroads. Alles wirklich super dargestellt. Ich glaube, die ist wirklich eine Rarität. Die ist hier hinterlegt. Also auch hier sehr viele Optionen, um hier letztendlich zu agieren. Sehr umfangreich natürlich, was die Regeln angeht. Aber die Erweiterungen sind hier gleich dabei. Dann hier weitere Plättchen, Zusatzmodule, weitere Ingenieure und so weiter. Also vollgepackt. Und dazu wollte ich noch was sagen, weil letztendlich sind hier die einzelnen Kärtchen und Symbole erklärt hier auf der Rückseite auch. Also damit habt ihr hoffentlich kein Problem. So, Pläne. Vielleicht da nochmal als Hinweis ganz kurz zeigen. Natürlich variiert das. Das ist schon verrückt. Also ich habe da richtig schon Bock drauf. Auf die einzelnen Strecken, auf die einzelnen Bereiche. Was hier dann hinterlegt ist. Alles hier immer durch Symbole hinterlegt. Welche Strecken ihr spielt. Das macht richtig Laune. Das macht richtig Spaß. Je nachdem. Deswegen auch vor der Rückseite. Auch hier die Farbe hinterlegt. Was die Spielerfarbe dann angeht. Also unendlich viele Möglichkeiten hier. Amerika nochmal mit den einzelnen Plänen, einzelnen Strecken. Anderen Besonderheiten natürlich. Wahnsinn. Vollgepackt. Ich glaube, das könnte den Rahmen wieder sprengen. Deswegen glaube ich, habe ich euch das hoffentlich das Wichtigste an dieser Stelle gesagt. Falls noch irgendwas fehlt. Oder ich habe es eben nicht so falsch interpretiert. Oder was falsch gesagt habe. Dann könnt ihr es natürlich gerne in die Kommentare hinterlegen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt die Lust ein bisschen vermittelt, was das Spiel angeht. Auch wenn es etwas nüchtern wirkt. Sehr berechnend wirkt. Aber es ist eine andere Art und Spiel. Und es ist ein Spiel, was seit fast 10 Jahren, je nachdem wann das Video schaut, immer noch beliebt ist. Mit unterschiedlichen Plänen, mit Erweiterungen. Und das alles in dieser richtigen großen Box. Und das ist auch absolut den Preis wert. Wenn ihr es sich holen wollt, dann gerne über die unten genannten Links. Da unterstützt ihr uns ja automatisch. Ansonsten, ja, wie gesagt, werden wir jetzt alles ein bisschen aufräumen. Vielleicht machen wir nachher gleich das Video, was das Gameplay angeht. Mal gucken vielleicht in einer Zweierrunde, dass ihr da auch nochmal einen Eindruck bekommt. In einem separaten Video. Mal gucken, ob es in Zukunft dann noch das eine oder andere Video gibt. Schauen wir einfach mal. Mir ging es aber darum, jetzt euch das Wichtigste in den Abläufen zu vermitteln. Und auch, was das Fazit dann angeht. Und vielleicht habt ihr jetzt auch Lust auf dieses doch sehr attraktive Expertenspiel. In dem Bereich der Eisenbahn aus dem Hause Hans im Glück. Im Vertrieb von Asmodee. Das zu allen Infos. Ich sage danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.